Hallo, ich bin Corwin Sössen und studiere Master Media Art and Design. In meiner Masterarbeit geht es um einen Charakter, der eine Reise unternimmt. Dies wird als Animationsfilm realisiert, aber tatsächlich kommen da noch einige Realfilmaufnahmen hinein, die ich mit einer Drohnenaufnahme realisiere. Die Drohnenaufnahmen werden dann mittels eines Stiltransfers abstrahiert.